So, willkommen zu diesem äußerst gruseligen Video an Halloween, ähm... Wir schauen uns schlechte Try-Not-To-Jumpscare-Peer-Your-Pants-Come-Videos an... Äh, und... Schaut zu, wie Dave seinen Ton dafür ausgemacht hat, weil er sich bei jedem Scheiß in die Hose reingeschissen hätte! Ja! Haha! Okay, auf geht's. Du musst schon ein bisschen positiver klingen, Kollege! Ich kann nicht positiver klingen, ich schau mir Try-Not-To-Jumpscare-Videos an! Um 18 Uhr! Scary-Videos, ich hab extra meinen Ton aufgemacht. Wir hätten jetzt irgendwie so... Also, wir haben Jumpscare-Stoby-Wand. Oh, fuck, ist das laut. Outlast! Outlast! Was war das für ein Effekt? Windows... Kollege, Windows Movie Maker kann nicht besser als das, ne? Das war... Scary! Oh mein Gott! 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 Das stand cool an dieser Ding! Oh wow, das war echt gruselig! Hallo! Oh, das ist echt... Was ist das alles? Er läuft einfach nur auf irgendwie so Häuser zu und dann auf einmal kommt so ein Jumpscare? Ist das dein Ernst? Ich hab keine gruseligen Clips mehr. Also hier ist ein lustiges Extra-Video, wo wir lustige Musik über gruselige Videos gepackt haben. Viel Spaß! Es passt so gut! Es passt so gut! Es passt so gut! Sauerschein! Ich auch! Was? Normalerweise ist das richtig gusig, ja? Aber das ist einfach nur lustig! Und du isst jetzt direkt. Was ist das schade? Ach, es ist so gut! Ach, das ist so gut! Ach, es ist so gut! Ach, das ist so gut! Ach, das ist so gut!